Alles frei aus, Dicke. Oh boy, jetzt wird geballert. Jetzt wird um die Wette geballert. Ich kann den Chat nur mäßig lesen, aber... ...passt schon. Die hören dich. Danke, ich wollte den haben, du hast meine Gedanken gelesen. Oh Gott, hab ich lange nicht mehr Energie gespielt. Sieht ein bisschen Delay behaftet aus, aber geht... Das ist super ruhig gefühlt gerade. Mehr Spieler? Es gibt mehr Spieler? Aber wir müssen... Ich höre ganz kurz die Kalibrierung, oder? Ich glaube, du musst einstellen, dass der Cursor irgendwie... Ne, ne, das ist hier schon die Kalibrierung. Man muss merken, immer mit B zu den Kilometer. Mhm. Ich glaube, du hast noch ein Konto. Oder? Doch. Guck mal dreimal nach. Ne, du musst noch... also... Ich hatte erst was oder du. Bestell dir ein Konto. Ja, mies. Tag einfach weiter, wir haben dir extra eingestellt. Da bist du. Oh, der böse, böse guckt noch ausfällt. Die Links-Craftball-Training. Oh mein Gott, ist die los. Und ich bin Spieler 2. Yes. Ah, okay. Ey, das ist wirklich so gemacht, wie es vorgesagt war. Die Lieberung und Ordnung. Triff die Ziele. Ah, er lohnt random ausfällt. Anfangen muss okay. Okay. Let's go. To the land. It's a lead. Oh mein Gott, man kann Zoom. Was? Yes. Oh. Okay, ich darf nichts sagen. Du musst dich nicht einigen. Ja. Was denn? Rein, guck. Ich kann Zoom. Weiß. Oh mein Gott, er macht 200. Zerbeam mit Morhun. Ich kann einfach mal in die Gegenschieße. Du kannst doch die Pots kaputt machen, dann ist da Rubine drin. Super Wonka. Jo, bis hier. Oh Gott, ob ich da mithalten kann. Natürlich. Ne. Der Unitschweißer sieht übel die Layers drauf. Es spielt sich auch nicht ganz so. Der Unitschweißer. Der Unitschweißer. Ja, aber ich bin der Meinung, das war nicht so delay-mäßig. Spiel. Es geht verrückt. Es spielt sich jetzt. Aber wenn man es nicht an der Wii gewöhnt ist, kann man das nicht so. Es ist so ein Spiel, wo man sich gefühlt an der Wii gewöhnt sein muss. Mit der Motion Patrol. Aber gar nicht für den Kipp mit dem Zoom. Echt? 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 Es gibt einen Facker. Vorsicht nicht weiter. B. Nee, weißt. Einfach Headshot, Quiru. Geht los. Ich will mich einfach nicht. Bin ich einfach zu groß. Bin ich groß? Jetzt sieht man nicht. Nein, 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 Manni! Okay, okay, ich kann es nicht! Let's go, Peter! Interessant! Oh nein! Let's go, Peter! You can do it! Oh Gott, ich hab zu Angst. Ich kann es nicht mehr. Aaaaah, fuck you! Hey Mann, natürlich. Aaaaah! Aber du siehst noch mit meiner? Was mit Absicht im... Oh my god, the pill! Nein, 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 nein! God's fucking dead! Fuck! Okay. Kann ich das Schild abschieben? Aaaaah! Wirklich? Das ist gut. Warte, du schießt doch was drin an. Schwein, Huhn! Ohne und Spock! Du weißt doch, was mit Zelda passiert, wenn wir Hüde abschieben. Oh mein Gott, ich hab's so reingeschüttzen! Aaaaah! Alles gut aus. Alles gut aus. Alles gut aus. Alles gut aus. Gut gemacht. Teil für Runde 2. Excuse me. Vielleicht muss ich einstellen, dass es über dem Dings ist. Überhalb der Pudding Rooster. Okay, wer ist die 1? Ich doch wieder. Oder? Es kommt nicht wieder entlang. Nö, einfach mal rein. Ich klick mal da. Fluffer. Hallo, mal der Fluffer. Was? Aua, jetzt wird's bewegen. Oh, dieser C-Captain ist geil. Du kannst drehen die Kamera. Wir sind fucking gut. Warte mal, kann ich aufladen? Ja. Oh, dann geht's. Ich schwöre, dieses Alarmgeräusch ist ein Zeug noch davor. Boah. Ich schieße den Winner ab und dann. Halt Hexen. Aaaaaaah! Ich bin der Rivale gerade. Wie du auf die Becke gehst? Ich bin der Rivale. Weil ich zu nett bin. Stop it. Nicht überleben, dann nicht sterben. Boah. Das war einer. Der redet die beste Musik in der Krems Star Pop. Okay. Du hast jetzt ne schnelle Runde. Du hast jetzt ne schnelle Runde. Ich hab das Ding falsch machen. Eventuell lass ich wirklich das Ding an das Einstein. Kann ich noch mit dem Steak? Nein. Mein Gott. Ich werde den aber nicht in der Krems Star Pop. Jawohl. Ich bin doch für die Kräste so doof. Ich bin doch für die Kräste so doof. Ich bin doch nicht in der Krems Star Pop. Ich bin doch mal mit dem Steak. Hier. Aaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Na, komm schon. Jopas! Okay, auf jeden Fall. Ja, du hattest es besser beim Zeiten aus Manisch gemacht. Oh mein Gott. Huh! Ich bin schnell. Okay, Zeit für Runde 3. Denk ich mal. Ja, Mist. Oh mein Gott, wer fangt an? Du musst da ein bisschen berücksichtigen, eine Reihe. Huh! Ich komme ja gar nicht zum Kauschluck. Dann trinkt Betty später. Ah, jetzt muss ich fliegen. Oh, du kannst laufen, du kannst laufen. Zum Zoom macht so viel Spaß, aber es ist doch gleichzeitig... ...kinderlich. Oh ja, super hinterlich. Servus. Gott, der Point hat... Du musst über das Ding ziehen, das ist so dumm. Ich hab dich falsch eingestellt. Ja, ja, ja. Ich muss das in der View so einstellen, dass es nur unter dem Spiel ist. Oh mein Gott, du bist richtig... ...du bist richtig gemetzelt. Ja, wenn du, dass ich besser ihn kriegst... ...ich auch nicht. Ich schieß den Pratnad an. Ich schieß den Pratnad. Du... 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 dh... der... der Fernsteil, gib mir da Fernsteil! Bewege... ...und... ich such... Hey, willkommen. Löcher... Ich glaube, wenn wir mit Multiplayer weiter sind, kannst du auch, theoretisch gesehen, Singleplayer spielen. Ja, aber das klingt zu mir. Sind doch nicht alle Level deshalb. Sind doch alle Level Level. Wir haben noch nicht die Abwehr 4. Yo, der Kürbis ist geplant. Hedgehog. Problem der Hedgehog. Oh, shit. Sind doch alle rum? Ach, verdammt nichts. Viel mit einer Steuerdruck. Ja, ich glaube, du hattest einfach Probleme. Dezente. Dezente nur. Weil ich mir 200 Minusfunkte gewollt habe. Wenn du das nicht besser hinkriegst, dann... Okay, okay, okay. Rein, danke. Also, dass die Hedgehoggerung das macht. Ah, das ist... Ja, und du hast es. Ach ja. Ach ja. Fahr transition. Fahne... Hh. Augenpassern. Du hättest schon besser in der Hedgehoggericht. Nein, treff ihn, treff ihn doch, so. So, dann einmal hier oben, dann hier unten. Was ist denn da? Hoffentlich wird der Frostball-Link im nächsten Smash vor. Oh, was? Frostball-Link im nächsten Smash. Der dritte Link. Eier. Eier. Ja, ähm. Noch vier Gegner, noch vier Gegner. Passt du. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, reingehe ich aber ab. Kriege Todospunkte? Oh, Todospunkte, Alter, da kriegen wir jetzt mal einen. Prost. Mach's besser. Wie denn? Gehst du runter? Und ich hab euch gesagt, wenn du das zweite spielst, weißt du viel besser Bescheid. Es ist bloß. Es ist bloß. Der Spiel ist aus dem Start. Der Spiel war aus dem Anfang. Der Spiel war aus dem Anfang. Ich schieße dann auch besser, wenn ich besorgen bin. Zeit für das Geruch rauscht und jetzt kommen die Rohr aus. Das stimmt für den Headpattet, ich glaube. Du wurdest gehadpattet auch. Jetzt kommt ich muss als erstes. Ich hätte das jetzt auch so getan. So, die Rohr und so. Boote-Oling, wenn ich ihn brauche. Ich werde nicht mehr von drinnen. Mit uns fest? Ne, oder? Da liegt die Banane wieder hin. Oh, Alter, du sollst die Banane in die Hände legen. Nein, 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 ich bin weiter, ich bin weiter. Nein, das sind Xer, hallo? Danke. Aber ich meinte, du kannst auch die Vasen abschützen. Ja, ich weiß. Oh mein Gott. Yeah. Auch die Edelsteine. Ja, das sind so viele geworden. Ich meine, wir hätten 252 haben können. Oh Gott, Scheiße. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Eins. Zwei. Drei. Und die Vasen, die Vasen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Sag, in dem Leid alter. Du gibst meinen Hände wieder hin. Gib den Dins einfach vorsichtig weiter. Okay. Katschika, dein Handy liegt noch da. Ich weiß. Brauchst du ihn? Der rauskommt aus der Schusszone. Sonst? Ich bin Toppy. Schallde einfach. Toppy Challenge. Schallde einfach. Toppy Challenge. War kankt. War kankt. Weg da. Da war einfach ein Rubi. Na, war nicht. Alter. Wird schon in der Nähe. Okay, weiter geht. Ich werde die Banane nie wieder hinlegen! Scheiße! Okay, ich würde sagen, HIT! Ach du Scheiße! Was ist das, die wirtschaft? Ja, 1 mal an dem mal! Du hast das einfach offensichtlich! Schau! Ich muss das einfach offensichtlich! Ich habe das einfach offensichtlich! Okay! Oh mein Gott, ich habe weniger Punkte als du! Wow! Ich hatte diesen Pointer. Verständlich. Oh, jetzt kommt jetzt so der Fussfaden. Aua! Das Spiel vor sich auch verlockt. Ich meinte natürlich komische Farbtrotten. Warte, die Teile gehabt sind, war das schön, ist das? Ja, ich glaube für eine Lava-Version. Ja, das war Skarazor. Nein, die gab es auch zu. Das Spiel zum Feuerdownschliff. Einfach Knäuber abschieben. Nichts auf meinem christlichen Kanal. Dankeschön für den Headpad. Aber beim Wormoth hat die ein Headpad gegeben. Nicht erwarten, aber du kannst nicht mehr an. Da wurde der Name jetzt kein. Ich habe eine Ferry. Ich meine, Carbo ist jetzt nicht, von daher, Carbo ist ziemlich faulig, wenn ich mich frage. Oh, die Runde könnte an ihn gehen. Oh mein Gott, wie hast du das gemacht mit der Fee? Ich glaube, du hast einfach 13.000 Punkte. Ich will jetzt auch hier umher gehen. Top 10. Irgendjemand aus dem Kanal, was hat er inhalten? Entschuldigung, Carbo. Alles gut. Hey, muss ich echt warten, bis ich rauskomme? Könnt ihr bitte mit dem Käse aufhören? Ja. Ich bin auch schon bei den Käse aufhören. Fuck, Alter. Die Musik ist doch so cool. Oh mein Gott, war das bei der Beschlagung. Oh Gott! Nein, 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 nein! Keine Ahnung, ich bin wieder aufgehören. Weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch! Ich hab euch alle an! Ich hab euch alle an! Oh, mein Gott. Ich hab dich aufhören. Ich hab die Banane... Ja, bitte. Ich hab dir fehlt... Ja! Ist nicht mal annähernd genug. Ja, aufhine! Gib mir meine Banane. Jetzt deine Banane. Ach so, ich hab bitte auch Sound-Sucky hin, wenn du das bist. Ich bin nicht alles davon. Du hast wirklich getaktiviert, dass ich es singen muss? Yes. Dann musst du dir das aber anhören. Nein, ich meine damit die Musik, die du singst, wirst du dann mitbekommen. Nein, ich nur. Dann nicht. Bitte lass uns irgendwas geiles sein. Dann geht's gut. Oh mein Gott. Hier, schieß auf die Schilde, sie sind zu weit, sonst ist es unsehnlich komisch. Mach sie schnell kaputt, bevor sie am Boden zerschämen. Da ist ein Roter und dahinten sind Fester und noch Bäumchen und passt das bitte auf. Der Roter bringt mehr Punkte, wenn du den erwischst. Mein Gott, müssen diese Schädel riesig sein, wenn ich drüber nachdenke. Sie sind weit entfernt und etwa so groß wie sie von vorne sind. Was ist das für ein Scheiß? Mach doch mal besser, hier. Alter, zieh mal besser. Was ist das für eine Leistung? Was ist das für eine Leistung? Mach doch mal besser. Oh mein Gott. Ich werde das so verkacken, ich werde das so verkacken und ihr werdet mich auch machen. Ja, riecht doch nicht aus. Ich hoffe, jetzt wird sie richtig, richtig, richtig raus. Nur noch fünf Sekunden. Dann sind das Liedchen hier auch schon aus. Aus. Komm, 3000 Punkte schaffst du, also 4000 Punkte oder so. Viel besser. Ich mag, dass die Geräusche aus Pokémon Stadium reusen. Ich mag, dass die das Radargeräusch auf Star Fox Rio reue. Weep! Weep! Wenn du in Gefahr bist. Ein Schlumpsel für mich rein da. Und jetzt, geh, geh beim Haus. Oh shit. Mann, nein. Ah! Oh! Oh mein Gott! Nein! Nein! Oh mein Gott! Warte, was? Das war aber recht schwer. Sehr knapp, das war sehr schwer. Mit etwa so Pausen, so Puppe einladen hier. Oh, okay, jetzt werden die Teams gewechselt. Die Mast-Kopf werden getauscht. Go Oswin! Go Oswin! Go Oswin! 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 Er ist doch still wie Tobi. Das war ich. Entschuldigung. Bitte einen Bonk! Ich stelle einfach für den Bonk. Fun Fact, ein Henry Stickmin. Teil nutzt es in Slowdown Version des... Aua! Aua! Danke. Zwei Bonk zu Federer, whatever. Kakariko-Time! Kakariko! Der ist braun. Du hast ihn voll in der Nase gekitzelt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er zieht sich gut. Oh mein Gott. Ich muss zugeben, mit dem Zapper macht das viel mehr Spaß. Ich hab bloß er ja kontrolliert. Außer, dass halt unser End-Kopf mit Basket ist. Oh mein Gott. Also den Charm-Kopf mit der Nase gekitzelt. Nääääh. Näääh. Sech, 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 sech! Du bist Doppelzauk. Oh, shit. Du bist Doppelzauk. Du bist Doppelzauk. Du bist Doppelzauk. Näääh. Näääh. Du bist Doppelzauk. Du bist Doppelzauk. Du bist Doppelzauk. Oh mein Gott. Du bist Doppelzauk. aufhalten. Das ist Pfeil. Einfach Dahin-Händisch. Doppelzauk. Genau. JTZ. Nein those... Nein! Fuck! Niemals! Es ist neun das Maximum? Na, schaffst du es, schaffst du! Nein, du hast mich erfällt! Okay. So, das ist doof, dass du es schaffst, ne? Ich nutze mich zuerst. Aber oben recht auf den Haus. Lass mich nie in der Bade kommen. Nein! Fuck! Nein! Nein! Aber 20 Punkte! What? 20 Punkte! Oh mein Gott, ich wollte unbedingt die 10.000. Hast du das Ziel, dass ich das Spiel nicht gesehen habe? Oh mein Gott, was war denn da oben? Da war nur ein Schild. Das war eine Bienennabel noch. Oh! Hier so ungefähr in dieser Bereich. Hier war eine Bienennabel. Das habe ich nicht gewöhnt, sorry. Das habe ich jetzt auch schon mal gesehen. Danke schön! Valance im Zauberstein. Ha? Oh mein Gott, ja stimmt, die Valance! Auch zu Disney! Ja, das war Disney, oder? Ah, wie schön! Oh, das ist das Spiel! Wo sind die Erdbeeren? Ich will die Erdbeeren! Oh, scheiße man! Oh mein Gott, er rasiert einfach so. Oh mein Gott, er rasiert einfach so. Oh mein Gott! Ja, das war gut! Es geht nicht, ich will die Erdbeeren! Oh mein Gott, was bedeutet das? Nein, nichts passiert, wenn die beiden aufs Platz sind, alles cool! Oh mein Gott, 10.000, oh mein Gott! Oh mein Gott, 10.000! 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 Den tal sind, den tal sind, den tal sind, den tal sind. Tausende! Millionende Kicks! Nein! Hab ich mir sicher, dass Piener die mal die 10 Tausend schafft. Oh, du brauchst doch sehr viel. Dig, mein Bloglein! Let's go, Piener! 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 Ich weiß, dass ich 30.000 Punkte habe. Ich glaube, du kannst doch den Mond anschicken, in der Tat. Weil ich weiß, wenn da auch viel. An wen jetzt? 10.000? Okay. Easy, I guess. Dankeschön. Manchmal ist es halt, um die beste Ruhe zu beraten. Ja? Nee. Also, du hast den Tag gespürt. Oh mein Gott, wir sind tatsächlich 4 gegen 4 gerade. Das ist Kopf an Kopf. Mhm. Oh Gott, nicht einfach schon wieder. Und jetzt den Tag schicken. Ich bin jetzt gerade wieder. Ich kann es nicht viel für die Karte schicken,, nein. Dann komm mal. Jetzt ist es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Dann gehen wir mal. Oder auf einmal. Das ist der Gegend. Der Gegend. Das ist eine Menge Moorbühne. Oh mein Gott, wir haben die 10.000. Ich brauche, ich bin 10.000. Das ist jetzt wie Moorhund, aber jetzt brich dich Moorhund, hier, Oberst Oktopus. Und jetzt seit ich den trage, habe ich Glück. Zeit für einen anderen. Okay. Jetzt musst du wieder rumwurschteln. Ich wurschtle dich hier rum. Nein. Nein! Na, ich bin nur noch ein Schalke. Oh! Oh mein Gott, wie knapp! Links, Kozma, Kunja. Danke schön für den. Boah, ist das knapp hier. Jetzt hol mir die Bazooka raus. Nächstes Spiel. Es ist eigentlich gut, dass wir mit 15 Spielen spielen. Er ist schon so weit? Ja, es ist auch schon so weit. Es ist nicht der Stadion, der voraus ist. Oh mein Gott, wer tut's gewinnen? Ui, ein Wasserfall. Hey, das sind keine Fester, die du. Mir gehört auch. Es ist fehlt, ne? Das hab ich jetzt völlig versaut. Das hab ich jetzt völlig versaut. Ich hab das Gefühl, mit jedem Mini-Spiel verbessern sich unsere AIM. Was? Wir sollen wieder weg gehen oder weg gehen. Ich eh, wieso besteht denn die Zeit? Wegen der Katzen. Ach, okay. Was ist das? Sklaz? Oh Gott, das sieht schwer aus. Das sieht aus. Ich danke. Richtig, Tasi. Jetzt habe ich die Panzerfaust ein. Panzerfaust-Soldat-Jäger. Ja, Pina ist bereit zu ballern. Ich muss die Panzerfaust. Wo ist mein Cursor? Wo ist mein Cursor? Nein. Nein. Nein, nein, nein. Das ist nicht. Nein, nein, nein. Nein, ich. Das ist nicht. Ich bin doch nicht sowas für Schweine, ey. Nein. Nein. Ich glaube, die geht... Nee, ganz kritisch. Alter. Was nicht, wenn ich mal meine Heavy-Bogun is? Bahamut? Hm? Ich meine, jetzt hat er einen Aufladeschuss. Oh Gott, glücklich. Bleib top on top. Jetzt bleib top on top. Ja, das ist eine Leitfroger, die hab ich gespielt, in North Santa Rose. Kultertechnikums, wenn ich schon den Nunchuck vollkommen nicht brauche. Das ist jetzt hier. Friedhoff vom Schloss Heimel, jetzt kommt wieder Verteidigung. Los, Ostwind, Alter, fünf gegen fünf, ich hasse das, wir sind in den Koffern, komm. Man hin. Ja. Oh, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Oh, shit. Das einzig blöd ist, wenn du auf dem Markt hast, ich hätte ja den Koffer verloren. Ja, ich glaub ich hab die Koffer verloren. Ich hab auch die Leiche, bam, 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 bam. Okay, okay. Mit einer Heavy-Ball-Gun-Camp, ja genau. Wir sollten echt mal wieder Monster Hunter spielen. Okay. So, wie war das? Da, da. Da was drin? Ja, schön. Jetzt ist der Koffer. Und wir hätten keinen Fall. Da kommt jetzt. Ich hab's nicht irgendwie... Ich hab's nicht. Ich hab's nicht, was. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Das ist was. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Was ist das? Don Es sind immer neben die Tür Lots of damage Emotional damage Na Ich hoffe, die Highscore werden für uns jeweils gespeichert. Das wäre nämlich so ein Zwiebel. Jo, jetzt kommt der kurze Level von allem. Einfach laufen. Okay, neben dem Bubbel. Bam, bam, bam. Weihnachts. Weil dann die Todes aus dem Bus kamen. Oh, Manni. Ich habe total jetzt gerade echt Monster Hunter nicht so drüber nachdenken. Okay, ich mag auch, dass ich die Zwiebeln, wo ich dich bewegt muss. Er sagt, die Prime, Metroid Prime, auf der Wii. Was ich nicht habe. Das ist Metroid Prime für den Gamecube. Ach, recht. Ich weiß, dass beim letzten Mal hat der Primand Game Prime Trilogy. Aber ich weiß nicht, ob ich es mir holen will. Ich weiß nicht so feuer, aber ich meine, ich habe Diabetik hier auf dem Gamecube. Aber Wii, nee. Pikmin of the Wii ist dann auch geil. Also ich liebe den Gamecube. Aber Pikmin of the Wii ist ein geiles Gefühl. Du hast viel Kontrolle. Ey, den isst einfach alle jetzt hier. Du hast es doch zum Schaffen, alle zu singen. Nee. Rechts von dir ist einer. Die brauchen ein Fleisch für uns. Okay. Macht es besser. Also ich werde jetzt die Quote erfüllen. Spinnen. Die spinnen, die spinnen. Spinnen, die spinnen. Okay, rein da. In Position. Was? Der kann bei dir. Alter, kiosk wie. Alter, einfach Prime spielen jetzt. Bam, bam. Scheiße. Alter. Das ist ein Querschnitt, wenn er kommt, hört sich. Okay, nein. Gut, das ist ein Querschnitt, wenn er kommt, hört sich. Okay, nein. Ja, das sind sie schmackig. Ja, das sind sie schmackig. Einen. Vergruselig. Es hängt aber sie sind cool. Diese Spinnen sind so fucking cool. So. What? Alte. Bonuspunkte. Alte Spiegel. Bonuspunkte. Ja, genau. Bonuspunkte beginnt. Okay, jetzt noch ein Schädel. Auch noch ein Schädel. No fucking. Die Spanns. Okay. Einfach hier mal dekadent übertrieben. Oh. Und in Führung gegangen. Mal schauen, wie lange es halten kann. Technisch gesehen müsste ich jetzt alle drei ... also ... Einfach Spiele mehr gewinnen. Scheiße, Cumulara. Ich hasse Cumulara. Und die P-Heads. Können die P-Heads töten? Ich glaub nicht. Hättest du lieber mal anfangen als später. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist heftig. Oh, das ist heftig. Ich lass das Pipo fluchen. Sorry, weil wir keine Emoji-Wall haben. Wir müssten aber eigentlich. Kannst du nicht was schaffen. 10.000, also 1.000 machen. Oh, das ist heftig. Oh, das ist heftig. 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 Oh Gott, ich bin sehr wütend, okay? Oh mein Gott! Oh, das wird spannend! Warte, eine Runde! Eine Runde musst du gewinnen! Du musst beide Runde gewinnen! Ich schenke mir jetzt einen Miniboss! Absolut spannend! So! Oh Gott! 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 Das ist dann erst mal los, wenn man das vielleicht mit Spielen macht. Kein Problem, du verpasst nur wer Schützen... Gibt es nicht Schützenkönig oder sowas auf so Festen? Nein. Aber es gibt doch so einen Schützenverein, was ist das? Das gibt es, ja. Ist das so was, ist das nicht so dörflich? Ich weiß nicht. Ich weiß, wo du mich lachen würdest, wenn wir hier spielen, hier hast du nichts mehr in den Fall. Nein. Nein. Ich habe mich jetzt mit Spielen. Alles klar. Okay, ab jetzt. Kann nicht. Nein, nicht. Kann nicht. Okay. Okay. Oh mein Gott, wie knapp ist das? Zeit im... Aber gutes Aim. Du würdest natürlich die Brille ausunternehmen und sagen, jetzt Zeit im... Aber es ist kein Mond zu aktivieren. Die Finalrunde. Es ist einfach die Finalrunde. Oh shit. Und jetzt schalten wir dann die Level frei. Das wäre auch cool. Bullwins wollen das Beste. Oh shit, das ist eins von den Leveln, die ich kann. Ich hab Heimfort fallen. Götze. Aber... Ich hab auch extremen Druck. Oh shit, das ist die Stage. Oh Gott. Oh Gott. Aber wie ich es mir auch gleich gemacht habe. Ich hab nicht dagegen. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Okay. Jetzt. Das ist so mit einer der coolsten Moment in Final Fantasy. Und bin auch einer der Nachigsten. Das ist gut, den Ernst. Das ist echt so cool. Oh. Oh, ich là so eine Deinein. Oh... Oh, verdammt. Man kann ja gar nicht da hoch. Irgendwie muss man doch reinkommen. So, ey. Irgendwas? Oh Gott. Pina wird heute schützen. Ich hobs. Auf die billigen Plätze mit dir. Auf die billigen Plätze mit dir. Setz dich da, wo man dich sehen kann. Das ist jetzt so spannend. Ich muss da jetzt erst stehen. Oh Gott, ich hab's so... Du hast echt nicht guter Form. Ich hab's so... Ja, ich hab's so... Ich hab's so... Ich hab's so viel mit den Tickle zu mir sehen. Ist das nicht so? Ja. Ich hab es nicht so gut gemacht. Ich hab das so gut gemacht. Okay. Hab ich denn schon? Ja. Ab so gut auf dem Weg. Aber wo sind wir jetzt die Rechtslieben so? Jetzt reicht's aber hier. Da ist einer. Leute, er hat mich voll erwischt! Okay, nein. Weg da. Ich wünsch, ich könnte jetzt das Trial-Post holen. Der Lümmel, ich paul jetzt einfach. Yeah! Okay, da sind wir noch ein paar. Rein da! Wer ist tot? Wie soll ich sagen? Das hast du easy geschafft. Ja! Wow! Jetzt haben wir die neuen Level. Pass auf. Alter, jetzt einfach. Es ist noch nicht vorbei. Der Lümmel trinkt das Wasser. Nein, leider nicht. Wir müssen den Singleplayer machen. Wow. Ja, dann mach das. Schade, es wird nicht mal in die privaten Recording machen. Boah! Boah! Das ist nice. Okay, damit bin ich anscheinend kürzend Königin. Ja, aber das wäre nicht so scheiße. Du hast es gesehen. Weil das sind Level wie ... Wie Cumulano oder das ist doch vorhin wie ... Nein, hätte ich dich abgeführt. Ja, ja. Aber ich würde sagen, wir können daraus schließen, was für Level wir können. Mhm. Zum Beispiel kann ich diese Level, wo man sich bewegen muss, tausendmal besser als du. Aber du kannst diese Level besser, wo man auf Zielscheiben schießt. Ja. Und sowas. Und ich kann dafür ... Eventuell bewegte Ziele zu einem gewissen Grad? Ja, ich will keine Königin. Ich hab keinen Platz hier dran. In das ist zwar nicht so viel, combien ohne Geschwister zu verspielen. Ja.